Heute ist tolles Wetter. Ja, es ist schön warm. Ich geh schwimmen. Warum wird das Wasser denn auf einmal so kalt? Ich friere. Was ist denn auf einmal los? Warum ist es so kalt? Schau mal, das Meer ist gefroren. Gehen wir heim. Mir ist so kalt. Wir müssen herausfinden, was los ist. Das Epizentrum der Kältewelle ist am Nordpol. Nix wie hin. Würde mich nicht wundern, wenn Romeo dahinter steckt. Mit unseren Fahrzeugen kommen wir bei Eis und Schnee aber nicht weit. Kein Problem. Wir montieren Kufen. Fertig. Los geht's. Schau mal, hier ist alles gefroren. Da vorne ist eine Insel. Haha, ich werde dafür sorgen, dass die ganze Welt gefriert. Der Wind ist zu stark. Wir treiben ab. Ahhhh. Haha, ihr könnt mich nicht aufhalten. Was machen wir denn jetzt? Ich hab ne Idee. Wir brauchen aber Folie. Im Kofferraum müsste welche sein. Wir müssen sie ausbreiten und die Sonnenstrahlen einfangen. Die Folie wird die Sonnenstrahlen reflektieren. Und dann Romeo's Erfindung treffen. Klar. Und das Eis wird schmelzen. Was ist denn auf einmal los? Warum schmilzt das Eis? Wir haben's geschafft. Es wird wieder wärmer. Catboy, wir sind auch auf dem Eis. Lass uns abhauen, bevor das Eis zu Wasser wird. Wir haben die Welt gerettet. Juhu. Bis zum nächsten Mal.